Hallo, wir befinden uns am Ende eines wunderschönen Kulums auf den Seychellen, genauer gesagt auf Mahé. Wir befinden uns gerade in unserem Hotel, dem Le Relax Hotel auf Mahé, das wir von Sevillas empfohlen bekommen haben. Im Hintergrund sieht man das Meer davor, der Strand ist nicht so gut zu erkennen, aber die Insel, die man im Hintergrund sieht, bietet einen super Ort zum Schnorcheln. Zudem haben wir hier direkt im Hotel noch einen kleinen Pool gehabt, der abends für eine kleine Abkühlung gut war. Außerdem haben wir sehr viele Wanderungen bzw. Nature Trails genossen, die uns von Creole empfohlen worden sind. Außerdem haben wir das leckere Essen genossen, insbesondere den sehr, sehr guten Fisch, den die Küche ihr bietet. Wir können jedem nur empfehlen, einen Urlaub auf den Seychellen zu machen. Bis bald. Ciao. Seychellen, Seychellas.